Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge Spotlight. Wir schauen uns heute kein Schiff an, sondern ein paar nützliche Webseiten, Tools, die eure Stats transparenter machen, euer Spiel verbessern können, beziehungsweise auch viele Informationen über Schiffe und das Spiel selber zeigen. Als erstes schauen wir uns vuesnumbers.com an. Das ist eine Seite, die eure Stats transparenter macht. In den verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Charts, die Win Rate oder PR über den Verlauf anzeigen. Dann könnt ihr hier die PR auf euren einzelnen Schiffen, beziehungsweise den einzelnen Klassen sehen. Es gibt auch ein schönes Tier Ranking. Was ich besonders gut finde, sind die Stats, die man hier nachschauen kann. Zum Beispiel, was ist denn so meine Genauigkeit? Muss ich mich da vielleicht noch verbessern? Dann kann ich gucken, welches Schiff habe ich mir zuletzt gekauft? In welchen Clans war ich? Es gibt eine sehr, sehr schöne Übersicht, welche Schiffe ich sehr, sehr viel spiele. Dann kann ich hier auch mal zum Beispiel auf die Smarland gehen, mir hier ein paar Infos zum Schiff selber holen. Und auch eine schöne Übersicht, die jetzt zum Beispiel alle DDs im Vergleich zeigt, auf Stufe 10 und deren Performance im Allgemeinen. Kann man auch verschieden filtern. Hier sieht man dann auch, welche Spieler auf ihren Schiffen, beziehungsweise auf diesem gewählten Schiff dann die besten Spieler sind. Sehr, sehr gute Homepage. Schaut mal drauf. Lohnt sich auf jeden Fall. Als nächstes gehen wir auf VOVS Fitting Tool. Hier besteht die Möglichkeit, ich fange jetzt einfach mal mit der Yukon an, als Beispiel. Sich die Stats des Schiffs anzuschauen und zu gucken, wenn ich zum Beispiel gewisse Module oder Captain Skills verändere, wie das mein Schiff beeinflusst. Ich würde hier als Beispiel zum Beispiel mal nehmen, die Turmdrehgeschwindigkeit. Hier sehe ich 45 Sekunden. Ich buffe die jetzt. Man sieht, es dauert einen kurzen Moment. Ist gesunken. Machen wir noch einen Captain Skill rein. Ja, ich muss ja noch den 1er machen und dann den 2er. Und jetzt müsste sie sich nochmal verbessern. Genau. Da könnt ihr euch auch ein bisschen experimentieren, was einzelne Skills bewirken. Ein großer Vorteil. Dann als nächstes das Artillery Chart. Hier nehme ich auch wieder die Yukon. Hier kann ich mir meinen Penetrationswert rauslesen, auf Millimeter und Meter Distanz, beziehungsweise auch meine Flugzeit. Alles hier angeschrieben, sehr, sehr transparent gestaltet. Schaut da auch gerne mal rein. Als allerletztes gibt es noch eine sehr gute Übersicht, wo ich zum Beispiel mein Schiff auswählen kann und sagen kann, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel bei den Japanern auf Tier 1 starten und möchte wissen, hey, wie viel XP brauche ich denn für die Shima? Dann rechnet mir hier die Seite das aus. Also wenn ihr da mal überlegen wollt, okay, wie viel brauche ich, wie viel Zeit muss ich da investieren? Auch noch super gut. Dann schauen wir auf die nächste Seite. Als nächstes schauen wir uns Shippingtools.st an. Eine ähnliche Seite wie WoWs Fitting Tool. Hier ist ein schönes Feature, dass die Schiffe nach Tree- bzw. Premium-Schiffen bzw. auch Testschiffen, die demnächst rauskommen, sortiert ist. Das heißt, ich kann mir hier zum Beispiel die Montana raussuchen, habe alle Informationen zur Montana mit Consumables, diesen ganzen Themen. Dann kann ich mir die Firing-Axt anschauen, bekomme Info zum Damage per Minute und hier nochmal eine sehr gute Sache. Man kann sich angucken, okay, was ist zum Beispiel auf 20 Kilometer die Penetrationskraft der Montana. Das wären in dem Fall knapp 460 Millimeter. Ich kann mir damit so ein bisschen ausrechnen, auf welche Schiffe kann ich schießen. Dann besteht noch die Möglichkeit verschiedene Schiffe. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal S ein und mache hier die Salem. Dann mache ich mal D und suche mir mal die DM raus. Da sieht man, man kann die Schiffe dann 1 zu 1 vergleichen und gucken, okay, wie sieht es generell aus. Dann sieht man hier zum Beispiel, die Salem hat ein bisschen weniger Health. Dann kann man auf die Main Battery gehen. Die Türme sind gleich, das heißt der Damage muss auch gleich sein. Und so kann man Schiffe miteinander vergleichen. Ist jetzt bei der Salem und DM ganz interessant, weil ich sage, okay, es sind ähnliche Schiffe. Ich will mir vielleicht die Salem holen oder die DM holen. Welchen sollte ich mir zuerst holen oder soll ich mir überhaupt die Salem holen? Da könnt ihr super mit vergleichen. Da könnt ihr auch die Consumables anschauen. Also auch hier ein super Tool. Dann gehen wir auf einen Link, der besonders interessant ist für Leute, die immer fragen, wie soll ich meinen Kapitän skillen? Mit diesem Sheet bekommt ihr Vorschläge, wie ihr Schiffe skillen könnt. Hier die netten Jungs und Herren und vielleicht auch Damen, die dieses Sheet angelegt haben. Und da könnt ihr jetzt gucken, okay, zum Beispiel Tivi Haragumo. Das traditionelle Bild, wie baue ich das? Hier ist noch ein bisschen eine Begründung. Schaut euch da mal in Ruhe die Sachen an. Guckt, ob ihr da was rausziehen könnt. Wie gesagt, es sind nur Vorschläge, keine Muss-Sachen, aber auf jeden Fall zur Orientierung ein sehr, sehr gutes Sheet. Dann als nächstes kommen wir zum Matchmaking-Monitor. Den könnt ihr euch entweder runterladen oder über den Browser laufen lassen. Der sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr in Match geht, euch die Stats der Spieler angezeigt werden. Das heißt, ihr könnt einschätzen, okay, wer ist stark in eurem Team, wer ist schwach in eurem Team, wen sollte ich vielleicht fokussieren, weil er gut ist, wen will ich früher raus haben oder wen sage ich, okay, der ist keine so große Bedrohung. Also für mich hilft es immer sehr gut zu beurteilen, wen muss ich fokussieren in diesem Match, wer stellt eine Bedrohung dar als Spieler. Also auch hier ein interessantes Tool. Zuletzt kommen wir auf ein Tool, wo ich nicht weiß, ob das viele benutzen oder beziehungsweise auch kennen. Es gibt auch immer mal wieder Videos dazu. Und zwar ist es die Modding Station, die ihr auf der Homepage von World of Warships runterladen könnt. Das ist ein super Tool, um gewisse Sachen mit einzubinden ins Spiel. Ja, also alles mögliche, spezielle Zielvorrichtungen gibt es da, dann kann man gewisse Sachen einblenden. Wenn ihr da mal Interesse an einem Video habt, was man da so alles auswählen kann, beziehungsweise ich mal meine Einstellungen zeigen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich schaue mir die Sache nochmal genauer an. Ich werde natürlich alle Links zu den entsprechenden Seiten, zu den entsprechenden Tools auch nochmal in der Infobox verlinken. Und ich hoffe, dass wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir ein Abo bzw. ein Like da lasst. Und würde mich freuen, euch auch dann im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.